so und wieder herzlich willkommen bei nicht die Korboren um ja letztes mal gab es schon der Beschwerden der Lautstärke das tut mir auch sehr leid aber um es müsste eurem PC also Computer wirklich leider stellen ich kann das nicht wirklich viel ändern also selbst und praktisch aber das wird sein und jetzt auch mal weiter mit der nächsten die Musiker Boren dann muss so und ja mein erstes Video setzen öffentlich online ja ja wir haben damit besser versteht ja ich mache heute mal einen Zaun bisschen leiser weil gab es wieder beschweren auch weil mich keiner verstanden hat ich hoffe dass euch das mir gefällt ja schön war die Videos dauern recht lange zu bearbeiten das war richtig langer weil es so große sind meistens und ja deshalb tut man das jeden Tag nur ein Video kommen kann zum Beispiel ich hab's mein Freund geschickt und damit das bearbeiten kann unsicher wird es besser was und es dauert 20 Stunden so ob du da einkommst und ja deswegen ist es natürlich etwas unpraktisch ja wir waren halt mit viel machen mit viel zu verbessern und setzen hat mir jemand geschrieben den Namen das war das gerne sehen würde wie man das Gebiet das erste mit einer unabhängigen Kau schaffen kann das hat nämlich glaubt und um es werden beweisen und ja also es ist ein ganzes wenn man bekannt so ja ich glaube geschafft das ich kann ich habe noch einmal zwei vier letzten Paul gesagt sag es mal so und jetzt ist mir was aufgefallen wir werden nämlich zuletzt die Trift und Sprints machen weil das kostet noch viel zu viel Zeit würde er jetzt entscheiden lassen ob die Trift und Schell-Polz allein machen soll ohne Aufnahmen oder halt auch im Video ich bin nicht für das Video sogar ich überlasse es euch wenn ihr da Lust habt ich konnte mir anfangen klicken Autos aufzutun jedes Auto egal welches ich habe alle Autos freigeschaltet auf einen anderen Speicher das mache ich gerne für euch immer schön schicken und ja ich freue mich halt über die ganzen Anfragen und Abonnenten das in so kurzer Zeit also das war schon recht schön für mich so das ist die Sorge sie waren jetzt sagt er ja heißt wir können die Leks fahren der Fälle und morgen kommen wir sie wieder zu uns da man die Videos an der Scheibe schneller gehen und zwei PCs arbeiten ja um Scheiße und mein Partner mein anderer Partner da der wollte dazu dazu gucken und seine Meinung sagen, was wir verbessern können ja mache ich gleich Triebeläse dieses Kram äh ja wer Lust hat kann ja ja auch und die Anfrage wegen Checkpoints und trifft halt sagen also ich ziehe an die Stimmen ich ziehe an die Stimmen wie viele ich das außerhalb machen soll außerhalb eines Videos oder innerhalb eines Videos halt ja sonst hm m das sind recht viel alles so rum dran doch aus Wasser und auch schon wieder ja um m mein Partner vor Abschied sind heute auch mal ja es kann nur und danach dann auch schon gehen ja ja beim nächsten Mal habe ich ein bisschen das geplant und ja und Autos in der Karriere um kaufen soll oder sollte wir kommen auch schon Anfragen schicken und so was machen sollte und tun soll weil ihr wisst manchmal wissen ja noch mehr als ich darüber naja okay so hallo Leute ähm ja ich wollte heute wieder die nächste Aufnahme machen und ähm ihr könnt froh sein weil ähm ab morgen ist Crazy wieder da der wird uns dann halt wieder unterstützen und ja dann geht's auch mal weiter mit der Langweil in diesem Spiel mit der Karte schön man wird es nicht ein bisschen aber kann es dafür also ja letztendlich war ein bisschen schlecht das tut noch weit aber da ja 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 manche einfach kommentieren als die und als auch ja manche ja 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 manche ja ich habe jetzt nichts getan ich spüre die ganze Nacht nur ein Stück extra das ist scheiße eigentlich ich kann nicht mehr drin nur sagen und ja ja umm ja weitermachen trotzdem auch ordentlich beleidigt ich muss trotzdem weitermachen ich bin der erste Play-Kram und ich weiß nicht zum ersten Mal, ich war zum vierten oder fünfmal, ich mach das jetzt, aber trotzdem nicht so gut und hab nicht so viele Infos für euch, aber ich mach das eigentlich nur durch, irgendwie eure Bücher spielen kann so ein bisschen Zeitkammer abkürzen, alles mit Person profitieren natürlich auch nicht, ich mach das dann nur, ja, meine Freude. Ähm, ähm, der ist so, ja, ich hab ja nie gewusst, als er mitgemacht hat, ja, ich werd auch, also, ich hab doch mal ein bisschen was, wir werden erstmal dieses Carbon-Shot-mäßig beenden. Da fangen wir wahrscheinlich mit Minecraft an und machen wieder Pokémon-Gedien, wahrscheinlich. Ja. 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 Ja.